Puh, Ultima Team! Ultima Team! Ultima Team! Ultima Team! Gaston hat mal ganz schön zu tun gehabt hier. Gibt's mal was Neues. Reus als Live-Spieler? Verrückte Sache. Mhm. Sämtliche. So. Brauche ich den Live-Spieler? Eigentlich brauche ich keinen Live-Spieler. So. Na. Liga 7. Vorne brauchen wir. 3 Punkte. Von 4 Spielen, um die Klasse zu halten. Um die Klasse zu halten. Aus die Zahl belohnen. Meisterschaft für 5.000 Punkte. Aufstieg 4.000 Klasse als 2.800. Und so, ob es einen Abstieg gibt, Fass. Das muss man erstmal schaffen. Ja, und dann nochmal. Ah, der Aufstieg wird zu schwierig. Ich habe wirklich eine scheiß Balance hingehauen, ey. Meine Fasse. Ganz mies, ich sage mal, ich stehe da mit 3 hohen Niederlagen. Aber gut. Wir müssen ja langsam das Thema auch verbessern. Was ist mit Götze? Da braucht ein bisschen Pause noch. Da Götze braucht Pause. Da ist ja noch mehr. Inverteidigung passt. Inversatz. Wir sitzen. Kommes. Rot-Emer 30. 1, 2, 3. 4. 6. Kann man jetzt fast noch mal ein Ding sein... Wir hätten eine Team-Anbindung hier. Aber ein Spiel probieren wir noch. Und dann nehmen wir mal Fitness für alle. Einmal Fitness für alle, bitte! Mal gucken, wer unser Gegner sein möchte. Dorf. Soll. So. Ob überhaupt einer schon da ist? Zum morgendlichen Stund. Zum morgendlichen Stund. Ach, ich kann das im FIFA-Spiel. Das sieht nicht so aus. Muss da einer da sein? Wenn's vom anderen Ende der Welt ist. Hm. Er muss aber nicht wissen. Schau mal. Mhm, 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 mhm. Er kommt. Kein Gegner. Hm. Es gibt einfach so früh keine Gegner. Warum gibt's keine Gegner? Ich brauche einen Gegner. Eine scheiß Latenz. Nein, es geht. Die Latenz kann's nicht annehmen. ... ... ... ... ... ... Können wir eigentlich auch Singleplayer machen? Vielleicht auch, wahrscheinlich sogar. Und? Sieht gut aus. Das nehmen wir jetzt. Das nehmen wir jetzt. Das Besseres kriegen wir nicht. Es muss mit der Latenz reichen. Es muss reichen! Was hat er denn für eine Entschuldigung? Verdammte Axt. Schnell. Ein Stürmer. Na gut, wir schauen mal. Hauptsache es läuft flüssig. Das wäre erstmal wichtig. Ja, es läuft nicht ganz flüssig. Hauptsache halbwegs. Ein paar nur ein Sieg noch von vier Spielen. Und wir sind glücklich. Aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Scheiße. Ah, ergelegt. Hätte ich ausspielen können. Müssen. Und Bojan ist auch da. Und jetzt könnte der Gegner angreifen. Jetzt Amschicht. Wender. Horn. Horn. Ich bin auch stark am Ball. Ich bin stark am Ball. Ich bin ein starker am Ballspieler. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ein bisschen rucklig ist es, aber naja, das müssen wir machen. Sonst haben wir keinen Gegner. Oh. Wird jetzt gefährlich. Wird jetzt gefährlich. Er sieht das Foul, zeigt aber vorn an. Genau richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Und voller. Gute Aktion. Und jetzt Gedeira. Und da gibt's ein Vorteil. Gute Entscheidung. Spielfluss. Riecht gut davon. Ja. Versuch's ja mit Elan. Da müssen wir dagegen halten. Irgendwie. Bruno Peres. Bruno Peres. Ist auch dabei. Ah. Simple. Too simple. Und damit ist der Ball weg. Puh. Bemühen uns. Ich will aufsteigen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und die Möglichkeit. Und damit haben wir das erste Tor. Hat sich irgendwie angedeutet, weil... ich nicht gut gespielt habe. Ich habe mich hinten reindrücken lassen. Da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weiter geht. Puh. 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 Sein eigentlich. Muss reinkommen. Passt's? Er ist gesoffen oder was? Das sah mir doch nicht glücklich aus. So scharf war der noch nicht. Es ist doch ein bisschen rucklig. Das läuft nicht so super flüssig, muss man sagen. Scheiße, nochmal. Morgenstunden der Goldenen Mund bringt es halt doch nicht. Da sind nicht so viele da. Ja. Ja, ist doch komm jetzt. Das kann er dann doch nicht. Mach den jetzt her. Mist. Ja. Hallo. 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 Das muss man in der 20. Umstellen. Ja. Das ist toll. Ich kriege da einen Menschen-Scanner. Naja. Wollen ja klasse halten. Das ist das Wichtigste. Und dann. Wirklicherweise verstärken das Team. Hm. Ja. Jetzt ist der. Ja. Jetzt ist der. Da hinten ist er. Ja. Abgefäscht, oder? Ja. 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 Geht doch, du Vogel! Da laufe ich. Ich laufe, warte die Hände hoch und mache so und jetzt mache ich in die Kamera und mache ein bisschen... Uh, uh, genau. Dankbar, sehr dankbar. Trotzdem noch gut, abgeschossen. Oh nein, ich wollte den Hackendruck machen. Wieder nicht geklappt. Ääää, noo, 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 noo. Rauskam, rauskam! Ist gut rausgekommen. Kommt es da hinten? Kommt es halt überall. Er ist immer und überall. Ei. Wo ist er? Hör ich? Ich... Skandal. Skandal... Scheiße. Das wird nicht... Bellarabi! Ich mach wieder Arme hoch, ich mach Schlaf und jetzt geh ich wieder zur Kamera... Nee, ich komm nicht so weit. Dann bleib ich einfach stehen. Er spielt einfach gefährlich, der Kerl. Meine Güte. Dass der Verfehlpässer hinten eine Abwehr hat. Er kann sich bevor man aufregen. Gut, gedreht das Spiel. Mhm, 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 mhm... Schön, drei Kombinär. AHHHHH! Schade. Sooo, schade-da-da-da-da! Oh Gott! Der war ein bisschen gefährlich. Ah. Schön. Scheiße. Ah, unsauber. Jetzt halbseitbar muss er noch retten. Puh, Gott sei Dank. Gott sei Frank. Schön gedreht. Jetzt müssen wir uns bloß halten, was die Sache. Ich hab kein Dings hinten drin. Der Kind Stürmer auch ist noch nicht so wichtig. Ich hab schon hier erst mal. Danach mache ich eine Gruppenfitness-Therapie. Jetzt trelle ich euch noch. Ein bisschen mit Geduld jetzt. Ich bin mit Geduld. Dann nutzen wir die Freiräume. Steffen noch mit unserem super schnellen Gummis hervor. Here we go. Das war nicht so gut. Den Hammer. Ja, ich wollte ihn mitspielen. Ja, schön. Ah. Scheiße. Sehr schön. Very nice. Und nicht schlecht. Spielt gefährlich. Gefährlichen Chancen müssen. Bälle müssen nutzen. Stehne Vogel. Ich muss wechseln unbedingt. Die werden langsam. Jetzt müssen wir aufpassen. Hm. Ja. Okay. Ich bin nur 56. Ja. Da können wir was machen. Wen haben wir denn hier? Kimmich muss rein auf alle Fälle. Für Thiago oder für Castro? Für beide. Und Götze fällt auch noch einer. Oder habe ich rechts? Hätte ich auch noch. Für Bella Rabi vielleicht. Für Bella Rabi vielleicht besser. So, machen wir es. Thiago. Mario Gomez am Bord. Fall bei Andrea Barth. Nein. Ich muss das jetzt ja so ein Schimpf-Fehl-Passe machen. Äh. Quadrado. Quadrado ist da. Schau, Schau. Die Kugel ist weg. Gutes Spiel. Oh, scheiße. Hat nicht gekriegt. Dass es so aussieht, dass es durchkommt. Jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schick und hoch. Ah, nee. Nein. Super Bayern, Super Bayern. Ah, nee, jetzt waren die Falschen. Nein, ich habe einen super Angriff. Ah, ob bloß nicht. Mann, da darf der nicht durch. Da darf da nicht durch. Puh, vorbei. Puh, bleib ganz locker. Ich muss diesen Sieg, das haben wir erstmal nicht klasse geschafft. Dann gibt es nur noch Bonus. Der Bonus. Bruno ist auch da. Ah, wie dumm. Sollen wir den Konter fahren? Ja, aber der Sturm ist jetzt natürlich auch nicht mehr der frischeste. Lauf, Junge. Lauf, Junge. Lauf, Junge. Oh, die haben wir auch schon gemacht. Oh, Schweinebacke. Keine Kotte. Nun, was bist du denn, Alter, kommen wir sicher. Doch, doch nicht. Zack, zumachen. Das wäre schön. Abseits fahren, oder? Ja. Hat sich blöd positioniert. Puffbacke. Jetzt fängt er aber auf zu faulen, ja. Ganz akkro. Lust gegen dich zu spielen? Oh, ich bin ja seit zwei Wochen bei Ultimate Team. Ich muss mich erstmal hier zusammenfinden. Der leichte Turke. Was? Du bist bestimmt besser. Du bist bestimmt besser und ich bin so schlecht. Gerade erst mal Teamaufbau. Letzte Woche angefangen. Jetzt langsam ergibt sich ein bisschen was. Aber bis man wirklich gute Spieler hat. Das zieht sich ja doch hin. Ich brauche mal einen Lotto-Gewinn. Einen Coins-Gewinn. Ja. Schön. Auf, Junge. Du bist frei. Oh, gut, so langsam. Vorbei. Die können nicht, meine Jungs. Gefährliche Flanke. Nein. Oh, Gott. Keine Power. Können wir den Sack nicht so machen, ja. Der Sturm ist sechs. Lüftstoff ist ein Zahnfleisch. Bleibt mal stehen. Bleibt mal stehen. Gut. Gommes. Gommes. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wir unterstützen. Tatkräftig. Laufen weiter. Immer weiter. Los jetzt. Immer noch nicht. Das war's. Gott sei Dank. Wichtiger Sieg. Wichtiger Sieg. Das ist der Klassenerhalt direkt nach dem Aufstieg. Jetzt gibt es nur noch einen Bonus. Bonus. Was haben wir denn hier? Wichtige Treter-Spiel. Ja, am Ende sogar verdient. Klassenerhalt. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Für einen Aufstieg. Aber naja, gut. Wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach. Wir probieren es. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen ein Fitnesskartchen anbinden. Genau so eine. Gut. Wird sie wieder rein. Wo ist sein Job? Er hat ja gut gemacht. Hat er vorhin. Im Verteidigen. Passt. Passt. Schöne ist erstmal draußen. Ja, da können wir mal spielen. Und es probieren. Mal gucken, was er mit sich tut. Mhm. Haben wir schon noch eins. Das sieht doch gut aus. Das können wir auch machen. Mal gucken, was er für ein komisches Team hat. Habe ich schon gedrückt? Nee, er hat noch nicht gedrückt. Hm. Hat auch einen schnellen Gomez. Das ist nicht ganz so flatt. Wollen wir mal gucken. Das kann aber trügerisch sein. Die Sache kann trügerisch sein. Hm. 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 Schade. Gut. Wir beginnen mit Elan. Mit Elan gehen wir los. Pff. Sche. Ah. Oh, wie schlecht. Mehr Recht eisschlecht. Mah, wie so ein scheiß frühes Tor. Total sinnlos. Unnötig. Hm, so ein Fehler. Ah, das ist ärgerlich. Ich hab stehen, Junge. Nein. Nein. Das gibt's nicht. Wir sind los. Das ist jetzt echt ein bisschen blöde. So, ein Aufstieg hier gesichert. Äh, die Klassenerhalt. Oh, kein schönes Spiel jetzt. Das ist. Das ist 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Steige Spiel. Gute Idee. Entscheidet schnell und richtig. Was? Yes. Anthony Modest. Mhm, 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 mhm. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jetzt ist der Ball doch auf, ey. Gut aufgepasst und verteidigt. Mhm, 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 schade. Boah, das ärgert mich. So ein scheiß Start. Gigantischer scheiß Start. Geht das schon wieder los mit deinen scheiß Rettungsaktionen hier. Äh. Not so gut. Oh, scheiße. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und dann mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Jawohl. Getter. Anschluss. Gut gehalten erst. Der Mario, der Mario. Der macht das so. Der macht das so. Gut, der hatte locker. Ecke. Zur Ecke abgewertet. Nein. Verdammt. Das wäre so gut wie wichtig gewesen. Oh, das wäre so wichtig gewesen, ey. Kommt nicht ran. Kommt nicht ran. Mann. Mann. Der Ball ist in vorhaus und gibt Ecke. Super Aktion. Gut geklärt. Er findet kein... 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 Und dann... Mann. Ja. hammer ist er mir in den mann gelaufen alles gut kommt auch so sein kommens sein kommens ist verletzt schlecht man kann es als schlecht bewerten eigentlich gut gespielt tja nennen wir es mal dezent unverdient ich brauche im sturm jemanden und zwar das hier nicht der internehmodest ist auch da hauptsächlich auflegen können leonardo bittencourt das hätte eine gute gelegenheit geben können sie lassen den ball gut laufen schwer für den gegner das zu unterbinden was passen dahin oben da nein doch und roth ja und ich habe keine frage straflos scheiße noch mal wichtig ist ein ordentlicher anlauf geht es noch ein bisschen weiter scheiße ganz schlecht alles ganz ganz schlecht ganz 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 schlecht boah ja muss es machen für kürzer jetzt mal schade kommt von außen aber die linke seite ein bisschen stärken und kämme ich noch auf geht der peter ach das ist ackelig jetzt lass ich so ne du kannst dich sowas liegen lassen man darf denn sowas wirklich sein nein glaube es nicht beim anderen fängt an zu ruckeln ey da fragt man sich manchmal ach chemisch hier bist du doch noch junge es läuft jetzt nicht mehr so flüssig kollege auch lecker Was halt in der Scheibe ständigen Pausen hier? Ucker! Klasse, bitte. Und Jens darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich eh nicht, er hat sich richtig in die Partie reingehaut und war für mich heute einer der Letzte. Ah, S***er. Ernsthaft? Der hat sich hingeschmissen mit Absicht und lachen. Der Vogel. Ganz schlechter Kopfball. Ach, sicher, sicher, sicher. Er hat seine Chancen nicht gemacht, der muss sich nicht wundern, wenn er am Ende verliert, weil... Das muss man einfach mal so sagen. Geile Scheiß, ich dachte, der ist aus! Ich dachte, der ist aus! Der hat sich noch reingedreht. Komm, das kann sogar laufen, guck mal, rennt er denn hin? Boah, den muss der erst mal nehmen noch. Den muss der erst mal nehmen. Jetzt haben wir schon mal 2-0 wieder aufgeholt. Trotz verschossenen Elfmetern. Ja, optimistisch. Das könnte gefährlich werden. Steigespiel. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Kimi! Oh, der Sack macht's Huja. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Und vielleicht noch mehr? Was denn jetzt? Hä? Warum? Scheiße, wieder auf dem Fasten. Junge, Junge, Junge. Kimi! Das könnte die Chance werden! Dormel! Richtig gut vom Torwart, den hat er sichert! Richtig gut vom Torwart, den hat er sichert! Mh. Mhm, das nightmare! Scheiße. Hör! Das ist zu simpel. Schade. Das ist zu schnell alles. Nein. Oh, seht ihr jetzt vor? Tritt noch was? Tritt noch was? Das ist jetzt vor. Natürlich. Zwei Minuten nach dem Zeitpunkt wird es hier geben. Lehmann. Der Ball ist weg und jetzt klönte der Gegner angeheizt. Leonardo Wittenkurs. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegwerfer sein. Schade. Schade, 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 schade. Das war nur aufgehört, weil ich dumm am Anfang gespielt habe. Ärgerlich, das ist wirklich ärgerlich. War eigentlich verdient. Da habe ich mich noch verschossen. Ne, da wären wir mehr drin gewesen. Ne, da wären wir mehr drin gewesen, echt. Auf alle Fälle, alter Schwede, ist das unverdient. Aber so ist es manchmal. Mal noch zwei Siege. Und wir können noch einen Aufstieg schaffen. Ist ja nun nicht unmöglich. Ich will das unbehindern. Nicht. Können wir nochmal machen. Normal probieren das Glück. Glück. Am Ende war wirklich mehr drin. Am Ende war wirklich mehr drin. Gegnerpartie verlassen. Ich warte hier, der hat mal keine gespielt. Verstaubt mich irgendwie hin. Am besten an einem Flotteren. BVW nur Nullen. Komm rein! Mal gucken, ja. BVW hat hier zusammengestellt wahrscheinlich. Krass. Okay. Okay. Oh, ein Gummi ist vorne. Na, mal schauen. Schau mal. Mehr braucht man nicht. Schade, dass man diesen Gegner eben keinen Drei- Keinen Drei- Entlocken konnten, wo es verdient gewesen wäre. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, will ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sieht damit heute gewählt. Boah, das geht frühes Tor diesmal her. Das ist so sinnlos. 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 Oh, scheiße. Scheiße. Frühes Tor für mich wäre immer schön. Exklus also. Der Segen kann hier mit der Vorsitzung und nun ein Schuss. Oh, vorbei. Hahaha. Dammit. Götze. Oh. Süffisant. Ein paar gute Kopfballleute habe ich ja mittlerweile vorne. Aber muss ich trotzdem... Ah. Und den Ball hat er sich geholt. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Gibt jetzt die Gelegenheit. Den hält er es zu. Götze ein bisschen Bums noch hätte, ey. Okay. Hm. Hm. Ja, zu simpel. Wieder immer zu simpel. Wo ist der Ball? Aus. Das macht er da. Und der Ball ist weg. Das war unnötig. Oh Gott. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Was jetzt? Jetzt die Flanke. Die Flanke hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Und Vorland. Hm. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Mit dem Ball am... Das ist nächster Nähe. Hm. Mann. Es ist aber mal ein Treffer drin hier. Kurz mal. Naja. Da. Wird auch gekauft, der Kerl. Alle gekauft. Doing fast. Anschein. Ja, hochverdient. Hochverdient. Absolut hochverdient. Macht nötter. Hat er. Hat er gefährlich, als es ist wahrscheinlich. Nicht. Und jetzt Götze mit dem Ball. Götze. Und Schürrle. Und Thiago. Ha! Das hätte eine gute Gelegenheit. Freischussentscheidung korrekt. Schürrle. Schürrle. Ich bin doch toll eigentlich. Thiago. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Voller. Drücken und überlegen, aber man muss auch ein bisschen mehr auf die Chancen nützen. Sonst rächt sich das irgendwann. Jawohl. Geht doch. Geht doch. Schön. Das läuft. Doch, hat der Aufstieg drin. Das ärgert mich noch mehr um das letzte Spiel. Hallo. Oh. Leg ich ihn auch noch vor hier. Alles gut. Optimistisch. Grundgedanke gut. Oh. Das ist eine Karte. Und das ist eine gute Gelegenheit. Keine Karte. Okay. Das war so gut. Boah, Vontalverzogung. Wie sind das? Why? But why? Der ist vollkommen von der Rolle, der Kollege. Jetzt machen wir noch rein und schnell obendrauf. Was? Der ist mal von hinten die Knochen rein. Nein. Nein, wird's nicht. Wird es einfach nicht. Da, 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 da. Oh, Scheiße. Der wär's schon gekommen. Und die erste Hälfte. Sie liegen mit 2 zu 0 in Front und ... Drückt und überlegen. Hätte er noch höher sein können. Vielleicht sogar müssen. Na los, es kommt weiter hier. Traut sich nicht mehr, oder was? Hat er Angst? Ich glaube, er hat Angst. Mensch, jetzt erinnere ich mich, aber das ist das letzte Spiel hier. Man, so auch ein drückend überlegendes Spiel und dann Unentschieden. Diese Punkte wären jetzt wichtig gewesen. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Eigentlich rot. Lauf, Junge, du bist frei. Erstehen. Lauf, Junge. Oh Gott, noch ein langsamer Abwehr. Allee, allee, allee. Ich muss doch ein bisschen wechseln, ja. Nein, du nicht. Ah, er hat sich geblockt. Kommt nicht an. Nicht nervös werden, nicht nervös werden. Alles gut. Alles juuuuut. Tschüssi, ja, ich bin frei. Ein Pups, siehste. Kuckuck. Auf, Junge. Scheiß, lauf weg. Los, hauch, du Blödmann. Ah. Komm, wir sind kurz, schaffst du den? Schaffst du, ne? Muss dich nicht viel bewegen. Ah. Jetzt die Flanke. Direkt auf Mann. Direkt auf Mann. Nächster Ballkontakt, dann wechseln wir mal durch. Kein Ballkontakt. Oh nein. Ein böser Scheri hätte ich auch pfeifen können. Der nicht richtig guckt. Ich brauche unbedingt einen Ersatz vorne für den langsamen Kollegen. Was hat denn da schon da drin? Das spielt ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Das hat ein Weihnachtsmann. Bringen wir noch ein Kimmich mit rein. Kimmich. Kastro könnte natürlich einen Kopfball machen. Ne, machen wir so. Wir machen es so. Wir machen weiter. Bisschen quasi gewinnen, um direkte Aufstiegs-Honges zu wahren. Auf, Gommes, bist der Schnellste der ganzen Welt. Äh, fast. Ah, das ist eine Rakete, da, Gommes. Eine richtige Rakete. Kann man probieren. Direkt auf der Arme. Er hat Zeit, er hat Zeit. Er liegt aber zurück. Junge. Schön geworden, Gommes. Abseits war's. Abseits war's. Wirklich. Würde ich sehen. War bestimmt knapp. Niemals. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier kaputt? Alter. Da müsste schon längst das dritte Tor sein. Schon längst. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Der Ball auf Außen wird abgefangen. Hm. Sehr gut aufgepasst. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ball verloren. Er hat gekämpft. Uff. Oder Fehlpass gespielt. Komm ich nicht durch. Da komm ich nicht durch. Euch, das ist Prehima. Puh. Der Kohlabi. Okay. Alles gut dafür. Das müsste man über die Zeit bringen. Das ist mal nicht wirklich schon gesungen, hat der Kollege. Auf, Junge. Der Treffer. Ja, meine Fresse. So eine muss es dann sein. Meine Güte, jetzt renne ich mach die Arme hoch und laufe der Kamera und mach irgendwas. Hallo, hallo. Uh, 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 uh. Ja, komm ist da. Gut, dass ich dich nicht ausgewechselt habe. Meine Güte, ey. Hochverdient. Hochverdient. Ganz klar. Alles klar. Auf, komm drauf, los, komm jetzt. Lauf. Was? Der Schmerz sich einfach hin. Das wird nicht schöner. Alles gut. Ach, scheiße. Legst du dich da einfach hin? Oh, der hat da rausspielen können. Alles gut, das ist die Sache. Bringen wir rein. Es gibt damit das große Finale in der Liga. Das war's. Und viel checkt. Gut gemacht. Der hat den Ball erobert. Hmhm, 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 hmhm. So, das ist angezeigt. Vier Minuten zusätzlich sehen wir noch. Gib jetzt die Gelegenheit. Er war... Nicht... ...gekauft. richtig auszuholen dann muss man den haben 30 das passt verdient schein so sehr verdient die statistik spricht ja für sich meine güte die von neuen schnellen gab ich den gummies dann wäre da auch noch mehr drin gewesen am ende okay ich brauche ein sieg dann steigt man direkt weiter auf genau das machen wir jetzt mal denn ich brauche doch unbedingt unbedingt einen besseren sturm und ohne kohle spielbereit ne wir gucken die sache erstmal ein sieht fitness technisch aus passt es geht um die worst reichten gegner um die coins für den aufstieg abzufassen da werden wir innerhalb von knapp sind noch niemals wochen durch marschiert in die 6 ok latenz sagt es passt das kommt passt auch jetzt mal gucken was man ja ok 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 wo die außen sind schwächern also außen angst in köppen das ist das ziel so machen wir es und dann gewinnen wir da ist das ist kein frühes tor und das wäre dankbar also kein gegenton ich dachte lizenz ist gut ein ruckel party ist das warum das große finale seine ruckel party werden sagt das nicht was ist das total ruckel das ist ja mist was ist das was ist das gehen wir in spiele hier live aus sibirien das ist unspielbar ich muss gewinnen das ist ja nervig heute wird es noch besser wir sollen uns einen porno download starten äh stoppen stoppen so ein quatsch ey das nervt mich schon wieder gerade halb vier wo es ein bisschen um schnelligkeit geht alles gut könnten sie machen zu wollen aufgaben bis der schnellste der ganzen welt nicht da nicht doch schon wieder da kommen es ist der pfostenkönig wozu fack ich habe mir stehen stehen das können wir doch anders regeln schön komm es ist alles haufe urzeugen hat nichts angemacht nicht gut nicht gut oh nein ein bisschen flüssiger wird es jetzt doch wieder gibt es da nicht das ist so ruckelig das ist so ruckelig das ist so ruckelig das ist nicht gut das ist doch ähnlich das istроhüttbe das geht auch постоянно nervig. Das ist so rucklich. Das ist Zeitlupenspiel. Geh raus, Junge. Gib einfach auf. Was sah gut aus mit der Latenz? Das zeigte die Latenz an. Für ne Scheiße. Schön. Und er gibt es besser. Vielleicht geht es besser. Vielleicht kriegen wir ja doch mal rein, ey. Oh Gott, das ruckl. Wie scheiße. Das ist so sinnlos, ey. Ich hasse es. Wieso ist das Finale ausgetragen mit dem Spielhandel? Das könnte gefährlich werden. Ob das gewesen? Anscheinend nicht. Das ist so kacke, ey. Das ist einfach mal richtig üben, nochmal hier, ey. Ein Schuss, ein Treffer. Aber er ist gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Da steht die Abwehr sicher. Boah, das nervt mich echt. Das ist so ein Spiel hast hier. Gerade so ein Wichtiges, ey. Dass es kaum so steuern ist. Die wird es denn da trippeln. Das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos. Das ist die ganze Zeit drücken. Das heißt, da fliegt eine Sekunde der Ball. Nicht schön, sowas. Gut gemacht. Hat den Ball erobert. Das wird es gefährlich werden. Und die Chance. Götze. Sehr gut gemacht vom Golder. Das ist vielleicht die Chance. Ah. Und jetzt, Boni. Liegt doch nicht da rum. Wo ist der Ball? Das gibt es doch nicht. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich muss das gewinnen. Und das kann man eigentlich gewinnen. Das muss man vielleicht sogar gewinnen. Das läuft echt mies, ey. Das läuft so richtig mies. Oh Gott. Anders ruckelt mir was zurecht. Das gibt es gar nicht. Das gibt es nicht. Nochmal dran. Alter, das läuft da in Zeitlupe durch. Oh, ist das nervig. Sokratis. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Vielversprechender Angriff. Aber da kommt doch noch einer. Du, 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 du. Lennon ist auch nicht Lennon. Alles gut. Ich muss irgendwie ein Tor schießen. Ich bin ja scheiße. Oh, das nervt mich echt. Ich muss das gewinnen. Was hier für Chancen liegen gelassen habe, ey. Ich muss noch um die Vakon. Das ist so ein Mistspiel. Der wird Gegner mal locker so besiegen. Wenn man das mal steuern kann. Ja. Ich muss noch sehen, ob der Jogger das Spiel entscheiden kann. Noch steht so entschieden. Schade. Da kommt der Pflicht weist uns. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte? Nein. Mustafi. Mustafi. Mustafi Ibrahim. Apfelhei. Wo ist er? Auf, Junge. Weg, don't, ey. Was das für eine Scheiß-Latenz ist es zum Kotzen. Das wichtige Spiel ist mein Aufstieg. Und dann ein Gegner hier. Der in Zeitlupe leicht auf Sibirien zugeschaltet ist, ey. Oh, das ist nicht normal. Help me God. Was macht er mit solchen Gegnern? Was macht er mit solchen Gegnern? Am besten einfach besiegen. Scheiße. Ist das Sinn? Das geht raus. Verlass das Spiel. Das ist nervig. Einfach nervig. Kann man denn Online-Spiele machen? Hat nur wahrscheinlich die ganzen Pornodownloads an. Das ist nahezu unspielbar, ey. Nervt mich. Wichtiges Spiel, ey. War auch rum. Tu's. Scheiße. Bin doch auch gleich draußen. Tiago. Oh, der ist mir schon runter. Jetzt muss es gehen hier. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. Er liegt da rum. Ich bin doch vielleicht so eine schöne Scheiße. Jetzt wechsle ich aus. Jetzt wird's gefährlich. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Klasse Technik. Rötze. Und da wird Kürze gefault, aber es geht vorderlich. Und wenn sie jetzt schnell spielen, ist das nötig. Uffs. Ah. Rot. Ja. Raus, Junge. Gott sei Dank, aber was vernünftiges hier. Bushi muss runter. Und es gibt einen gefährlichen Freistoß. Der Freistoß. Ja. Ries mal. Ich spring dich ab. Gerade eingewechselt. Guten Freistuss geschossen. Oh Mann, ey. Das ist so ein krottiges Spiel. Ein krottiges Spiel wegen einem krottigen Gegner, aber... Vielleicht drehen wir es jetzt zum Gunsten. Das ist unserem Gunsten. Da haben sich die Sonderschichten aber mal geholfen. Was jetzt? Der ist dann Konter drauf schieben. Wird reichen. Ein Sieger durchmarschiert. Aber die Saison so scheiße begonnen. Mach den jetzt. Ich spiel lieber mit. Ah scheiße. Ah, nix. Scheißpässe. Ganz große Scheißpässe. Wir wollen ein Konter-Tor noch haben. Nicht mehr, nicht minder. Wir wollen ein Konter-Tor noch mal geholfen, aber wir können trotzdem klären. Gefährliche Flanke. Gute Flanke, aber wir können trotzdem klären. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Nächste Rote. Gibt's Freistoß und das könnte gefährlich werden. Au revoir, au revoir, mein Sammi. Nein, jetzt muss ich einen Tor machen. Ja, der weiße war nicht sechs. Ein wenig hat die Präzision gefehlt. Jetzt wird's gefährlich werden. Wo ist das Loch in der Abwehr? Ja. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Technik. Oder werden Sie doch noch gestorben. Das war eine gute Gelegenheit. Gummis! 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 Scheiße! Inside-Lube ausgeholt. Ach, was hat das für's Spiel ein Ende, finde ich. Ja. Gummis! Gott sei Dank, das muss es sein, das muss es sein. Schön aufs Gestänge drauf. Das muss es jetzt gewesen sein. Nicht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ersitz, Gormis. Ich hätte einen Meter laufen können. Da hätte man nochmal ein Meter laufen können. Da hätte ich gut geschossen. Alles gut. Ja, super eiskalt. Mit Absicht? Das war doof. Mach euch weiter. Immer weiter, Tore. Kommt, habe ich kein Problem mit. Ist das echt so ein Arschig-Gegner, ne? Er geht dann rein mit einem super miesen... Jetzt läuft es aus dem Besser. Bei sowas frage ich mich. Super miese Latenz. Und dann will er nicht mehr spielen. Wo ist denn wohl? Untergegangen. Naja gut, das Spiel sollte man gewonnen haben. Ja, schieß rein. Du schaffst es. Ich bin zuversichtlich. Egal. Egal. Egal, scheiß, egal, scheiß, egal. Hauptsache findet er der Ende des Spiels. Das ist ja Käse, hey. Ja. Lockt er sich ein mit seiner super scheiß Latenz. Und dann sowas. Noch ist hier nichts los. Vier Minuten. Das sieht es schlecht aus. Das ist ein eigenes Tor. Was will man dazu noch sagen? Nicht. Ne, spielt keine Rolle. Gar keine. Sieht so immer weiter. Und das Ergebnis höher habe ich kein Problem mit. Da freut er sich. Ich war's. Siehst du? Zieler. Zieler will ja... Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist. Oh, ein eigenes Tor. Da freut er sich. Keinen einzelnen Ballkontakt hat. Und alle Fragen sind jetzt, wie kann denn das passieren? Lieber Scherif, pfeif doch ab. Oh, direkt die nächste Ecke. Hm. Gut. Okay. Meine Güte, das sind das. Ich bin allerdings aufgestiegen. Pfeif doch, das sieht gut aus. Das war der Aufstieg, oder? Ich denke, das war der Aufstieg. Titel nicht, aber Aufstieg. Liga 6, here we go. So, mal kurz mit dem Thema gucken. Liga 6. Vorhin, gestorben wollte ich einmal gucken, ey. Langsam brauche ich hier Verstärkung. So super schüttel ich das nicht. Wen habt ihr denn noch einen Sturm? Warte mal, das ist der Furtpreis. Ja, gut. Warte, ich hätte da was noch einsetzen. Maximall. Ach, Herr und das. Herr und das? Herr und das? Stimmt, Herr und das. Herr und das werden ja öfters. Tempo. 83 und 83 schießen. 83 Tempo. Warte, muss ich mal kurz das Team angucken. Mein Team. Mein Team. Willkommen zu eigentlich, wenn ich hier ein Tor gemacht habe. Das muss man ja auch zugeben. Ich brauche trotzdem da oben. Eine alte... Das kann man ja auch zu sehen. Das kann man in diesem Bild gar nicht sehen. Das kann man in diesem Bild gar nicht sehen. 79 hat er. Und 81. Also Gommes hat nicht viel wahrscheinlich. 83 schießen. 72 Tempo. Hm. Ist halt schon schnell. Schnell. Schnell, aber ich weiß ja, ob ich die erst noch kaufen will. Na, ist die Frage. Aber gibt es denn was anderes? Gibt es eine Alternative? Ich brauche ja einen Stürmer. Der könnte ja mit Ballarabi auf der rechten Seite besser zusammenarbeiten. Mh. Mit Ballarabi könntet ihr zusammen spielen. Anders gibt es hier anscheinend nicht. Ne, da wäre schon eine Idee. Dass wir das probieren. Wohin ich gerade noch 83 hat er noch. 2600. Was ist denn denn das bessere Spiel? Da hat er mich auch gemacht. Der hat ja 1000 Mal ein Angebot hier. Was wäre denn denn jetzt besser? Die sind halt ziemlich teuer wahrscheinlich. Warte mal. So ausfiltern. So öfter. Star. Aber line als Ersatz wäre auch schon gut. Gibt auch nicht viel mehr. Ich glaube, das komme ich nicht vorbei. First, first, first. Das ist ein bisschen auch ein Ersatz. Ja. Das ist ganz einfach. Von. Ernanntes. Ernanntes. Schaffe ernanntes. Das ist also schon. Genau. 2000 gibt es hier auch schon. Unter 1000. Was? Was? Ach, das kann ich nicht tun. 1000. Fitness nicht ganz hoch. Ist ja scheißegal. Dort. Er hat einfach gekauft. Ich weise mal gleich ein. Äh, zu. Und die aktive kann da natürlich rein. Schauen wir mal ein Superteam mal rein. Ach stimmt, der Reise ist gekommen. Volland super. Hier da oben. Das machen wir mal so. Ach, der hat keinen Vertrag. Nee. Kiesling ist das. Na. Ach, blinder Gerl. Da kann ich die Fiesling, äh, Kiesling eigentlich auch auf den Transfermarkt setzen. So, sofort kaufen preis. Ja, drei Stunden können wir schon mal draufstehen. Ja, gut. Da hat er da wieder links. Was hat er denn, der Kollege? Hat einer gehauen. Zwei Spiele aussetzen. War wenigstens noch runter. Nicht wirklich. Na ja, kommt doch ein paar Orte rein, das geht auch. Ach so, der kann natürlich nicht mit. Okay, okay. Das passt, denke ich, erst mal. Moin, Michael, der Raffi. Guten Tag, guten Tag. Jetzt ja, der Spielernahme-Campagne. Wo war ich denn raus? Ich will den Spielernahme haben. Nein, will ich nicht. Spielernahme. Hä? Kann ich den rausnehmen? Fütterlöschen. So. Aber gibt es einen guten... Ich habe jetzt einen linken... Die sind alle, glaube ich, relativ teuer. Da müssen wir ein bisschen fahren. Ich fahre hier jetzt 6400. Dafür gibt es keine Schnäppchen. Ach ne. Bundesliga. Bundesliga würde ich haben. Na, was ich denn? Was mache ich denn? Hä? Jetzt hat das Brössler wieder ausgemacht. Hm. Hm. Nee. Wir müssen einfach eine Weile jetzt erst mal... Mh-hm. Mh-hm. Können wir ja auch machen, so schlechtes Team erstmal nicht. Mh-hm. Können wir ja auch machen, so schlechtes Team erstmal nicht. Mh-hm. Jetzt schauen wir mal rein. Zwei Wochen in dieser Reform an. Nach zwei Wochen in dieser Reform an. Nach zwei Wochen... Mh-hm. Impfverteidiger. Ein guter Impfverteidiger wäre ja recht. Die kosten ja auch nicht so viel. Vorhüter. Das wäre auch noch eine Idee. Was gibt es denn? Wieder so im Angebot. Dort. Ich höre nach, zumindest. Färmern. Sommer und Färmern erstmal. Als Möglichkeiten. Sommer und Färmern. Wahrscheinlich auch die besten. Die wir für dieses Geld bekommen können. Aus. Es sieht so aus. Dann suchen wir mal direkt danach. Wir suchen einfach mal direkt danach. Wir suchen auch. 1.000 eingeben. Färmern. Er erkennt kein Ä. Er erkennt kein Ä. Er erkennt kein Ä. Ach, äh. Ach, also trotzdem. Immerhin erkennt er trotzdem. Gibt es nichts. Gibt es nichts. Äh. Mehr möchte ich auch nicht sagen. Muss ich sagen. Ja. Das ist 3.300. 3.200. Okay, im Sommer... Äh, ne Sommer wäre... Der Johann mit Y... Ach, das ist zwar nicht 4,8... Doch, auch ein paar 4,8... Da gibt's irgendwie... Aha... Hm... Da fährt man vielleicht doch besser... Na, meine Fährmann... Oder ein Impfverteidiger... Schauen wir noch nach einem Impfverteidiger... Gibt's ja trotzdem noch was Gutes... Hm, 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 hm... Das haben wir schon... Haben wir ebenso... Aber Toppock ist vielleicht nicht verkehrt... Wahrscheinlich... Ich versuche überhaupt besser... Das ist ja wieder... Wir suchen mal nach dem Angebot von Duprk... Hm, 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 hm... Mal versuchen... Wahrscheinlich wird's da nichts geben... Jetzt... Oh ja... 3,1... Das ist das Angebot der Stunde anscheinend... Sieht so aus... Den nehmen wir noch rein... Das wird's spielen... Kann man hier direkt... Den... Gut... Komm mal rein... Das wird's spielen... Empttbar... So... In die� sicht... Erschafft... Kollege... Aber das ist auch ein bisschen bei Leverkusen angehaucht... Aber wie wil's denn machen, wenn man sich実... icke messla inside... Der kann ja hier drüben... Hm... Das ist heute schon gar nicht viel Fehler, ich kann euch einer verkaufen, eine Süle kann verkauft werden eigentlich. Wie könnte eigentlich verkauft werden? Du spielst nicht mehr. Startpreis, ich kann da noch runter gehen. Was habe ich denn gekauft? 1300. Schauen wir mal. Wir schauen einfach mal. Gut, was waren die Verträge? Gut. Fitness. Feuer ist auch noch gut. So. Echte Seite Leverkusen geprägt. Sorry. So, jetzt machen wir noch mal ein Spielchen. In der neuen Saison. Aufgestiegen, die Zags nach einer Woche durchmarschiert. Das wird wahrscheinlich nicht leichter werden. Und dann geht's Mittagessen. Und dann geht's mit dem Spielchen zu ihr Pfeifen. Jetzt geht's los. Möchte denn jemand spielen? Doch, einer möchte. Oh, keiner mit scheiß Latenz. Die Latenz ist scheiße. Auf jeden Fall. Mit dir spielt keiner. Eben schon so ein übles Spiel gehabt. Gerade das Finalspiel in der letzten Woche. Nur, hing nur. Mega latent. Nervig. Aber jetzt wird's. Ich spüre's. Jetzt wird's. Mein neuer Sturm. Und meine neue Abwehr aus Leverkusen. Das sieht gut aus. Und so. So können wir es vielleicht machen. Mal gucken, wie es aussieht hier. Wer ist das erste in der nächsten Liga erwartet. Er nimmt erstmal Änderung vor. Mal gucken, wie der Herr hat das einschleicht. Komm, es ist fast ziemlich lahm. Er hat aber gute Kopfballtore gemacht. Mal gucken, was haben wir hier für ein Gegner? Okay. Drei Sturm. Flügel vielleicht ein bisschen stark. Komm mal. Mal gucken. Das ist kein Kommissladium, den man bedienen kann. Wir werden es testen. Erster Spiel. Ja, hat er recht. Geht so aus dem Nichts. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Ach du lieber Götze. Woher schlägt er weit nach vorne? Ja. Ah, nee. Wir wollen diesmal gleich gut starten. Letztes Mal ist in der Saison so mit drei hohen Niederlagen gestartet. Am Ende sind wir noch aufgestiegen, aber das muss man so nicht wiederholen. Auf, Junge, bist frei. Zu eng. Alex ist auch dabei. Oregano? Alles gut. Neuer. Oh, die Leberküse von Action. Kurz nach dem Action. Äh, kurz nach dem Einsatz. Hm, hm, hm. Nicht so schön. Spieler-Debüs. Ja. Mann, yo. Chicharito. Er wird sein Debüt geben. Natürlich sind alle gespannt, wie er sich präsentiert hat. Chicharito. Schaut erst mal vorbei. Der Spieler ist in der Hand. Das ist aber nicht drückend, dass er es nicht heißt. Und Chicharito. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jawohl. Hier we go. Arme hoch. Einschlafen. Unterkammer rein. Und was komisches machen. Jawohl. Oh. Oh. Ist er den abgelassen, oder was macht er? Was gibt's da nicht? Schön. Da ist er gleich sein Debüt-Tor. Frisch gekauft und gleich da mit einem Drever sich in die Mannschaft eingefunden. Puh. Mhm. Oriana. Ihr habt ihr richtig gut und sicher. Im Moment ist da kein so ist es gekommen. Puh. Gonzalo Castillo. Jako. Nur ein Bellaradio. Das könnte gefährlich werden. Mhm. Jetzt ist der Angriff dort gestorbt. Der Gegner hat den Ball. Geht zu schießen. Keine Stärkung. Ecker. Was? War nicht abgefälscht? Er war doch abgefälscht, der Kollege. Ich glaube, böse werden hier. Oh. Überrascht. Oh. 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 Gegen dich zu spielen. Ich bin da erstmal zum Mittag, aber dann, das letzte Spiel ist mal eine Stunde, vielleicht bin ich wieder da. Dann können wir es vorhin mal probieren. Oh. Aber nur so, wie ich sie fest. Michael D. Raffi. Das ist doch gerade ein Flander. Wie unpaktisch. Nicht den Verteidiger ausholen. Nein, das machen wir nicht. Das wollen wir nicht tun. Da wollen wir uns besser. Alles gut. Gut. Was ist denn? Na gut. Okay, du kannst mich ja... Du willst ja jetzt mal benutzen. Mein Origin-Namen. Siehst du? Du kannst mich ja hinzufügen. Dann vergesse ich es nicht. Oder mich dann anschreiben auch. Aber nur, wenn du nicht so gut bist. Ich bin ganz neu im Ultimate Team. Ich muss mich erst aufbauen. Ecke. Michael D. Jetzt geht natürlich Gommes hier ein bisschen. Das muss den Stein... Oh, da geht es ja ganz auch. Jawohl. Gibt es ja nicht. Ebenso der Neuling. Ebenso der Neuling. Die Neulinge machen die Tore. Krass. Schön. Das könnte ein guter Stott in die neue Liga werden. Ach, die Klänge. Da können wir eigentlich schon mal ein bisschen defensiver ins Spiegel. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Nein, gibt es nicht. Du-du-bum-bum. Nichts. Da hüpfelt der Ball davon. Oh, es... Superflanke. Flanke abgefangen. Gut gemacht vor Abwehrspieler. Vorprang. Beste. Ja. Ich dachte, da läuft es nicht mal frei. Hi, Bahnschranke. Du bist auch schon wieder da, Bahnschranke. Du warst gestern schon mal da, oder? Ich glaube, du warst gestern schon mal da. Diesmal bin ich aber schon zwei Niedern. Wir sind durchmarschiert. So langsam kann man das Team auch verstärken. Ah, nicht gut. Nicht gut. Gut. Gut, gut, gut. 2-0 kann man erst mal leben. Guter Start in der neue Dinger. Keine Chance zugelassen. Und vor allem, beide Neuzugänge haben getroffen. Das gibt es ja gar nicht. Das hat sich gelohnt. Na los. Komm, spiel, alter. Du brauchst nichts umstellen. Du hast keine Chance gehabt. Das soll so bleiben. Eine Bahnschranke. Toller, toller Name im Übrigen. Wie kommt man da rauf? Bleib stehen. Ich bin mit dir noch nicht fertig. Die erste Chance soll nicht gleich ein Treffer werden. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Konter Tor können wir noch machen. Da hätte ich nichts dagegen. Alles gut. Auf, Junge, ne Christa. Nee. Dum-dum-dum-dum. Ich bin frei. Ein bisschen müsste er langsam mal aufmachen. 53, das könnte man auch gleich mal Wechsel anstreben. Niemals. Immer drauf, der Mann. Okay. Okay, okay. Die Güte könnte ich immer raus. Güte, Güte, Güte. Tiago. Schorle kann rein. Das ist noch relativ flott. Ich bringe, Gommes muss jetzt mal noch einen Koffer versenken. Das muss er hinkriegen. Dann ist der Sack zu. Dann haben wir einen erfolgreichen Stock in die Liga. Die Staffel 6. Die Gäste werden wechseln. Schade. Sorry. Großen Götze. Äh, Gommes. Hängt fest, Herkolli. Jetzt gibt's einen Einwurf. Genau. Der liebe Alex, bin ich bei Origin. Genau. Die Flanke sollst du mal überwommen. Abseits. Abseits. Ansonsten fügst du mich hier hinzu. Ich finde dich doch dann. Wir gehen schon nicht verloren. Aufkommen, es ist frisch. Das heißt bei ihm doch nichts. Oh, der soll ja fast schief gehen können. Stehen geblieben. Kein Toch zulassen. Das wächst doch noch aus. Die Akkus gehen schon runter. Aber, aber das machen wir. Das machen wir trotzdem. Das machen wir trotzdem. Wie gesagt, es ist das letzte Spiel erst mal. Und dann gehe ich Mittag essen. 1, dann machen wir noch 1 oder 2 oder 3. Moin. Kryptonuke. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Oh, ich muss ja nebenbei noch spielen hier. Uff. Da, 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 da. Ja, ja. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Fall schon wieder weg. Gut gemacht. Montiago. Delaraz. Hm. Nicht schnell genug. Nacho Fernandes. Aber locker. Jetzt könnt es gefährlich werden. Haben wir locker. so war scheiße das kenne ich trotzdem so langsam was gekauft doch hier aber ganz tolle ich socke pc 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 bist du an der konsole verdammt schön gespielt aber hoch unsere kamera und lächeln doch schön aufgelegt noch ein guter start nach dem aufstieg wichtig und gut das kann natürlich sein ich bin am pc unterwegs schade hat er eine chance gehabt das müsste ich dann mal gucken jetzt hat er eine gehabt so überflüssig wie ein kropf sinnlos ok egal sinnlos ok hätte nicht sein müssen hätte nicht sein müssen hat er seine chancen gehabt ein schuss ein schuss aufstehen und einen treffer ja das war die letzte chance ich bin wirklich erst in letzter woche ultimate team vieler spiele ich schon seit seit bestehen aber ultimate habe ich mir nie herangetraut so aufstellung und tja kaufen verträge fitness das ist alles nicht so ich will eigentlich mehr spielen aber am ende macht es doch spaß hunderttausend coins habe ich noch nicht ganz gut aber wir bauen das langsam auf ja das wird schon die wir schon aus 2012 nehmen erste fifa habe ich auf dem weg gespielt und das hieß fifa international soccer das war klub oder so muss das gewesen sein oder 94 heute sehr treu geblieben ja genau anders aus nun gut nun gut ich werde jetzt erst mal etwas essen komme ich wieder dann komme ich wieder ja dann können wir zusammen spielen aber nun spiele ich die liga spiele ich die liga weiter spiele ich die liga weiter ich hoffe dass wir irgendwann mal so langsam ein team aufbauen können ein vernünftiges mhm ein paar mal können wir noch spielen wenn wir noch eine fitness kommen wo ist eigentlich die bestenliste hier 162 wie gibt es denn das komm ran ja komm ran spieleinnahmen die bestenliste wechseln gibt es denn da noch transfer lösen nö vereinswerte interessant naja aber die spielen ja auch schon lange mannschaft 183 höre ich mittlerweile nun gut kollege ich bin erstmal kurz offline der magen erknurrt von daher geht es dann in gut einer stunde weiter bis dahin erstmal danke fürs zuschauen ne und danke fürs schrauben ciao ciao